Genau, der PC-Bereich. In den gehe ich jetzt und gehe nicht hinter diesen Fahrlang, denn da sind ganz, ganz böse Tiere versteckt, denen ich nicht begegnen möchte. Genauso unter diesem Tisch. Heute ist es ja ein bisschen seltsamer. Hier sind auch gefährliche Leute unterwegs mit gefährlichen Kostümen. Man weiß vorher nie so genau, wer es tatsächlich ist, mit wem man sich tatsächlich da auf dem Gang unterhält. Aber viel einfacher ist das hier in meinem schönen PC-Bereich, in dem ich ja heute alleine bin. Denn viele Leute haben es nicht geschafft, diese großartigen Karnevalstage zu überleben. Und deswegen entführe ich euch mal in den Pazifik. Lasst mich kurz dieses Spiel laden. Wir haben es vorhin angekündigt, es geht um Silent Hunter 4. Und jetzt, wo es gestartet ist, werden wir gleich mal einen Genuss davon erleben, von dieser Preview-Version, in der ihr natürlich noch nicht alles so ernst nehmen dürft, wie es da dargestellt ist. Denn einige Sachen werden noch ausgeklügelt, ausgebessert und ausgemerzt. So ist es nun mal in einer Beta-Version. Schauen wir uns doch einfach mal den Vorspann an, denn der ist auch äußerst interessant. Ja, Silent Hunter 3 war ja bekanntermaßen der Vorgänger. Da muss man nicht unbedingt allzu schlau sein, um das zu erraten. Ubisoft Rumänien hat sich dran gemacht, dort weiter zu schrauben, um den vierten Teil endlich rauszubringen. Und nächsten Monat ist es dann soweit. Ich bin mir relativ sicher, es wird circa um den 23. März sein. Dann könnt ihr das in den Läden begrüßen. Und falls einige von euch da draußen vielleicht immer noch ein falsches Bild haben von Silent Hunter 4. Es ist ja doch... Was ist denn nun los? Ah, seltsam. Bin ich gegen eine Tasse gekommen? Ich weiß nicht genau. Es ist immer noch ein sehr, sehr, sehr schwieriges, simulantisches Spiel und verschrien als exzessive Nerd-Exkursion. Aber es kann doch relativ vereinfacht werden und hat dort dann auch für den Casual-Gamer einiges mehr an Spielspaß zu bieten. Wie genau das geht, zeige ich euch gleich mal. Der Realismus kann sozusagen an jedem einzelnen Punkt eigens angepasst werden. Das ist sehr praktisch. Laden tut das Ganze natürlich auch. Aber so sieht es aus. Wir haben Quick-Missionen zur Auswahl. Und ich zeige euch erst mal die grafischen Einstellungen. Die habe ich erst mal komplett hochgeschraubt. Muss jetzt hier aber nochmal eine Runde runtergehen. Für euch mache ich das auf 1024. Das ist das Maximum, was ich für euch im Fernsehen darstellen darf. Ich war auf einer Präsentation von einem der rumänischen Entwickler. Und der hatte in dieser Präsentation fast alle der großen Details ausgestellt. Ihr seht, hier habe ich noch alles auf Maximum. Ich gehe damit jetzt aber mal ein bisschen runter, denn ich habe mir sagen lassen, es läuft äußerst stabil, sofern das nicht auf Maximum ist. Wie gesagt, es ist eine Beta und von daher habe ich schon die ein oder anderen Abstürze gehabt. Deswegen bin ich mir sicher, ich muss hier noch ein bisschen runterschrauben, um nicht ständig an irgendwelchen Abstürzen zu leiden. Ich drehe das Gamma für euch ein bisschen hoch, aber das sollte soweit reichen. Den Post-Effekt-Filter werde ich auch ausstellen. Der sieht ein bisschen seltsam aus. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn das so ein bisschen auf alt gemacht, alt gebacken. So, hier seht ihr die verschiedenen Einzelmissionen, die wir spielen können. Zur Auswahl haben wir natürlich als erstes eine Testmission, wo gar nichts ist. Die ist bei mir bis jetzt leider auch noch nicht so rund gelaufen. Ich fahre gerne mit dieser Gato-Klasse und ab die Post. Mehrere verschiedene U-Boote sind da zur Auswahl, die natürlich auch alle die realistischen Eigenschaften haben. Eine ganze Menge gab es da früher. Viele wurden natürlich versenkt, aber U-Boote waren ja dazu da, dass sie eigentlich die anderen Schiffe versenkt haben. Sehr gefürchtete Gefährte, auch unter Wasser. Und das ist ein verdammt interessantes Feeling, so als U-Boot-Kapitän. Ich kann natürlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, das tut mir furchtbar leid. Aber ich war zufälligerweise doch auf einem U-Boot mal und kann mir vorstellen, wie ungefähr das gewesen sein muss, wenn man da so sechs Monate auf hoher See ist. Man darf dann meistens nur eine maximale Körpergröße von 1,65 Meter haben oder sowas in der Richtung. Und von daher, viele kleine Heinzelmännchen auf einem U-Boot versuchen, andere böse Schiffe zu versenken. So stellt man sich das vor, mit Ölgeruch, Männerschweiß und irgendwelchen, keine Ahnung, gammelten Essenssachen, die man ja auch nicht mal eben so unter Wasser über Bord schmeißen kann. Denn bekanntermaßen fährt man ja unter Wasser. Das ist nicht ganz so einfach. Wir schauen jetzt mal rein und ich hoffe, ich fange nicht sofort an zu singen. Der Realismusgrad ist jetzt momentan noch relativ realistisch gestellt. Deswegen sollte man als erstes mal unter Wasser gehen. Aber schauen wir mal rein. Es scheint jetzt doch langsam mal los zu gehen. Oh, Beta, bitte, lieber Beta-Gott. Lass mich teilhaben an diesem großartigen Spiel. Es scheint uns nicht wohlgesonnen zu sein, aber wir können ihm vielleicht ein Opfer bringen. Ah, langsam geht es doch schon selber los. Und da haben wir die ersten Bilder. Schauen wir doch mal rein. Wir sind auf der Brücke und schauen uns das Ganze natürlich erst mal von außen an, damit ihr den Überblick bekommt. So, Außenkamera schalte ich für euch an. Oh, hätte das Metallknacken. Unsere Wassertanks werden geflutet. Sehr schön sieht das aus. Ihr werdet jetzt bei Silent Hunter heute nicht unbedingt viele Explosionen sehen, nicht viel Action, nicht viele Luft- und Wasserangriffe, sondern doch eher viel Schleichen, viel Fahren und viel Atmosphäre. Stellt euch darauf ein, ich gehe jetzt mal auf 20 Meter Tiefe. Meine Kollegen flüstern auch schon. Von den Details her kann man schon mal sagen, das ist erste Sahne, das sieht wirklich sehr gut aus. Vor allem diese transparente Wasseroberfläche ist auch relativ neu. Und da gehen wir runter. Geben wir noch ein bisschen Speed, ein dritter Kraft voraus. Und da geht's. 20 Meter ist auch ungefähr die Tiefe, die so ein U-Boot hat, wenn es auf Teleskop-Tiefe ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es zu Hause erkennt, aber dort am Horizont sind schon Schiffe. Ich glaube, ihr erkennt das gar nicht. Deswegen müssen wir dichter ran. Schauen wir mal, unser Schiff ist mittlerweile unter Wasser. Wir können auch die Spur leicht erkennen. Tauchen wir mal hinterher. Na, wo bist du? Ich hoffe, ihr seht was. Ah, da ist es. Ha, groß. Ja, unter Wasser sieht das Ganze auch sehr, sehr beeindruckend aus. Wir geben noch mal ein bisschen mehr Stoff, damit wir da hinten in die Richtung kommen. Ich schaue mal auf die Karte. Natürlich muss hier auch sehr, sehr streng navigiert werden. Wie gesagt, sehr realistisches Spiel. Ihr habt dementsprechend auch alle möglichen Gerätschaften zur Verfügung, die man so auf einem U-Boot haben muss. Zum einen hier so komische Tool-Helper. Hier weiß ich auch nicht, was das ist. Irgendwelche Entfernungen zu messen. Dann haben wir hier den Zirkel. Können wir Radius checken. Irgendein Bleistift. Ja, hier können wir Punkte setzen. Und natürlich auch einen Kurs. Ja, das ist alles relativ wichtig. Diese farbigen Strahlen, die ihr gerade seht. Das Blaue sind Akustik-Signale. Natürlich arbeitet man unter Wasser auch viel mit Audio. Also man hört, man setzt einen Sonar aus und schaut, ob sich irgendwas in der Umgebung befindet. Das hier ist das Ergebnis. In der Richtung befinden sich Schiffe, aber das ist noch sehr weit weg, wie ihr seht. Deswegen gehe ich mal wieder auf die Brücke. Interessant ist, dass man häufig nicht viel von der Außenwelt sieht, in der man eigentlich rumstolpt. Denn man ist auf dieser Brücke, erkennt fast gar nichts und muss sich auf die Instrumente verlassen. Ich gebe jetzt nochmal ein bisschen Stoff. Hier volle Fahrt sind wir schon. Wir tauchen ein bisschen tiefer. Sicher ist sicher auf 30 Meter. Und dann muss ich, glaube ich, auf Pause machen. Doch wenn wir wieder herkommen, dann kann ich die Zeit ein bisschen beschleunigen. Vielleicht kommen wir dann noch zu einem Ziel und können vielleicht den ein oder anderen Torpedo absetzen. So, weiter geht's. Kurze Pause gedrückt. Jetzt ein großartiger Bereich, der den anderen Bereichen nichts nachsteht. Denn er bringt die absoluten Hammerinfos für euch, was in letzter Zeit passiert ist. Ich habe wichtige Zettel, in denen das alles notiert ist. Und jetzt gehe ich rüber zu meinem großartigen Kollegen Herrn Feldner, der vor Ort in seinem Max-Bereich sitzt, wie er leibt und lebt als Pinguin. Du kannst auch gerne rumkommen, wenn du denn möchtest. Dann kannst du einen kleinen Blick über meine Schulter in den Monitor werfen. Denn zuallererst werden wir uns natürlich den News des Wochenendes widmen. Gleich gibt es dann das Tool of the Day. Und ich habe zu Anfang schon gesagt, es gibt heute nicht nur das Tool of the Day, sondern es gibt ein weiteres hochkarätiges Tool. Kommt von Microsoft, man glaubt es kaum. Ist für Windows-User gedacht und nennt sich die Sys-Internal Suite. Und damit hat man ganz viele kleine Tools, Bildschirmlupen und so weiter und so fort. Ich will noch nicht zu viel verraten. Die man als Windows-User definitiv ganz gut gebrauchen kann. Aber zuerst so Verzögerungen, also Delay kann ich jetzt nicht wirklich behaupten, dass es die gibt. Aber vom Feeling her ist es jetzt auch nicht super direkt. Also man hat, obwohl die Steuerung schnell ist, nicht das Gefühl, dass man wirklich da jetzt im Spielgeschehen drin ist. Bisschen schwer zu beschreiben, müsst ihr am besten selber mal zocken, vielleicht mal ausleihen aus der Videothek oder so. Wir werden gleich auch nochmal zocken. Vielleicht findest du da ein paar bessere Worte zu, um das Ganze zu beschreiben, wie es sich zockt. Es macht Spaß, aber auf lange Sicht gleich noch mehr davon. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Es stimmt, die Wii sind mit einigen Titeln momentan dabei, die doch ein bisschen enttäuscht haben. Aber es gibt natürlich immer Sachen, die in der Zukunft noch warten auf nicht nur die Wii, sondern auch auf den PC. Da gehe ich jetzt mal eine Runde hin, da spiele ich ein Spiel, da gibt es U-Boote. Davon gibt es sehr, sehr wenig, aber im PC-Bereich heute massig davon. Wir steuern gerade eine Gato-Klasse im Pazifischen Ozean. Und zwar in der Nähe der Küste, ja, wenn es da überhaupt eine große Küste gibt, Japan sozusagen. Eigentlich kennt ihr ja das ganze Stress gab es doch bei Pearl Harbor und bei Midway. Und das Ganze weitet sich dann aus um den Pazifik und momentan sind wir mittendrin in der Suppe. So, schauen wir mal von draußen. Ich habe euch vorhin gesagt, erwartet nicht allzu viel Action jetzt, sondern versucht euch einfach mal vertraut zu machen mit der Atmosphäre und mit den Features, die das ganze Spiel hat. Denn dadurch, dass es natürlich so realistisch ist, habt ihr sehr viele schöne Möglichkeiten. Und während ich hier mit voller Kraft unter Wasser, was natürlich dort extrem langsamer ist, als würde ich über Wasser fahren, irgendwie in Richtung Nordosten-Tucker, weil man dort am Horizont Schiffe erkennt, werde ich euch mal ein paar Buttons zeigen. Vielleicht gehen wir doch nochmal zu Demonstrationszwecken an die Oberfläche, da kann ich euch nämlich mehr zeigen. So, tauchen wir mal auf. Das sieht sehr cool aus. Dann nehmen wir uns jetzt mal die Zeit, um diesen Auftauchvorgang mal genau unter die Lupe zu nehmen. Schnell raus aus dem Wasser. So wirklich transparent ist das Wasser jetzt auch nicht. Na, wo bist du, Schiffchen? Irgendwo muss es jetzt auftauchen. Na? Wie langsam du auftauchst, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht bin ich genau, gucke ich in die falsche Richtung? Ich schaffte, das war hier. Oh, wie krass. Der verarscht mich mein eigenes Schiff. Ich sag auftauchen und es kommt nicht. Ey, das gibt's nicht. Warte, ich spring mal hin. Das kann ja nicht sein. Ah, da kommt's, da kommt's, da kommt's. Dauert doch ein bisschen länger. Ah, das hat durchaus einiges. Komm schon, höher. Zack. Ja, Sir. New Dead 3. So, und noch höher. Wir müssen natürlich aufpassen. Wenn wir das tun, ist es kein kluges Handeln. Natürlich sehen uns dann die Schiffe, die dort am Horizont jetzt langsam auch immer besser sichtbar werden. Ah, sehr gut. Ich vermiss generell manchmal bei Spielen ein Feature, was hier bei Silent Hunter doch sehr, sehr klar irgendwie dargestellt wird. Nämlich, wenn es richtig mächtige, große, schwere, langsame Einheiten sind, viele Spiele, machen sie dann einfach nicht groß und langsam. Ja, das sind dann bei irgendwelchen Spielen ganz, ganz fixe, seltsame Schiffe oder Fahrzeuge. Den kann man gar nicht abnehmen, dass sie so mächtig sind, aber hier tut man das auf jeden Fall. Und jetzt kann ich ja zum Beispiel mal vorne raufgehen und hier meine Flugabwehrkanonen bedienen. Wir haben mehrere davon, hinten haben wir auch noch so ein Teil. Verschiedene Munitionstypen, aber wichtig ist natürlich, zack, schauen wir das nochmal an, die Torpedos. Die haben wir vorne. Wenn ihr darauf achtet, seht ihr natürlich auch jeden einzelnen Torpedoschacht hier. Wenn wir getroffen werden oder wenn wir Schiffe treffen, sehen wir sogar die Einschläge. Das gefällt mir sehr gut. So, während ich hier Gas gebe, klicke ich mal hier auf die Buttons. Sekunde, ich mache Zeit vorspulen, gehen wir raus. Jetzt siehst du, vielleicht auch am Horizont ein bisschen mehr. Spätestens jetzt müsstet ihr es erkennen, dass da tatsächlich was ist. Und ich kann ja natürlich mal in mein Periskop reinschauen, da habe ich auch so eine Art Vergrößerung. Das müssen wir erstmal ausfahren. Das sollte man eigentlich natürlich unter Wasser machen, das machen wir auch gleich. Aber hier am Horizont, da sehen wir doch tatsächlich was. Ich möchte nur die Entfernung gerade mal kurz checken. Hier seht ihr es, oh, das ist vier Kilometer, das ist schon gar nicht so schlecht. So, dann gehen wir mal auf Tauchtiefe. Zack, schauen wir uns das von außen an. Ja, so mag sich das anhören. Das nehme ich dem Spiel eindeutig ab. Und ich hoffe, die da hinten, ja doch, die werden mich auf jeden Fall schon gesehen haben. Und das haben sie auch, denn ich kann zumindest hier auf meinem Monitor erkennen, dass sich zwei Schiffe von dort gelöst haben und auf meine Position zu steuern. Ihr seht vielleicht auch manchmal so flackern am Horizont. Die haben natürlich damals noch kein Handy oder so gehabt, das ist euch klar. Aber die machen das mit diesen Lichtsignalen. Ich habe mir außerdem sagen lassen, dass diese Lichtsignale tatsächliche, richtige Morse-Zeichen sind. Also sofern man diese interessante Morse-Sprache versteht. Oh, da wird doch schon auf mich geschossen. Wir müssen langsam mal runter, Jungs, das dauert mir zu lange. Das gibt's nicht. So, aber komm, da vorne. Musst du langsam mal runtergehen, ja. Hier seht ihr mein Höhlenmesser. Der bewegt sich kein Stück, obwohl ich die Anweisung gegeben habe, hier tiefer zu gehen. Das ist natürlich überhaupt nicht klug. Komm, geh runter, bewegt dich, Höhlenmesser. Komm, bewegt sich. Ich hoffe, ihr kennt das doch. Und es bewegt sich gerade kein Stück, ich weiß nicht, wo das liegt. Komm schon, runter. Runder, runter, runter. Okay, gehen wir mal auf 30, vielleicht versteht er 20 nicht. Okay, die sind übrigens sehr, sehr schlau, die Jungs von der KI. Ja, das Problem ist, dass wenn sie jetzt mich einmal gesehen haben, können sie meinen Kurs vorher berechnen. Ich müsste jetzt Ausweichmanöver vollführen, verschiedene Höhenwechsel vornehmen, aber ich bin natürlich auch nicht das Schnellste. U-Boote sind ein bisschen lahm. So, jetzt kommen wir langsam, gewinnen wir doch an Tiefe. Die sind verdammt schnell und ich kann ja mal rangehen, damit ihr euch an so ein Model mal genauer ansehen könnt. So, hier mit der Shift-Taste mache ich das schneller. Zack, da wären wir. Die Japaner, ja. Da schießen sie auf mich. Sieht schon sehr realistisch aus. Was interessant ist natürlich, falls ihr wisst, wie es auf dem U-Ball läuft, bevor man ein Torpedo abgibt, muss man natürlich ein Ziel erkannt haben. Und das reicht nicht nur, indem man irgendwie einen schwarzen Fleck am Horizont erkennt. Man muss es vorher identifizieren. Da gibt es dann neben dem Periskop normalerweise so ein Heftchen, wo die ganzen Schiffstypen, die bekannten, abgebildet sind. Und dann muss man vergleichen und schauen, was für ein Schiffstyp hat man, um dort die Schwachstelle, die Geschwindigkeit, Tonnage und was auch immer festzustellen. Und ich glaube, bevor wir jetzt hier aus dem Tech rausgehen, versuche ich einfach mal auf gut Glück ein Torpedo abzufeuern. So, das kommt frontal auf mich zu. Ist natürlich alles andere als optimal. Ich glaube, ich werde down gehen, aber das macht absolut nichts. Ich feuere jetzt einfach mal, mal sehen, was passiert. Ich beziehe bei der Zielerfassung auf. Einfach geschaltet, Feuer-Torpedo 1 und Feuer-Torpedo 2. So. Ihr seht links in diesem kleinen Fenster, wie es gerade losgeht. Ich tauche derweil mal... Oh, hört ihr das? Getroffen! Nicht schlecht. Ein Treffer reicht nicht immer. Ich habe zwei Torpedos abgefeuert. Ich weiß nicht, ob beide ins Ziel gegangen sind. Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, er fällt immer noch. Hier links. Hat er Schlagseite oder nicht? Ich gebe einfach mal noch einen ab. Mal sehen, ob ich treffe. Ich weiß es nicht. Wir werden natürlich auch permanent gepinkt. Und da wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, werde ich jetzt die Zeit nutzen, Torpedos abzufeuern, anstelle zu fliehen. Denn ich zeige euch gleich sowieso einen ganz anderen Speicherstand. Boah, das versuchen sie, über mich drüber zu fahren. Das ist gar nicht so unklug. Das wurde damals auch gemacht, denn ein Treffer von einem Schiff, ja, wenn man gerammt wird, ist fatal für das U-Boot. So ein Schiff kann das auf jeden Fall überstehen, aber so ein U-Boot ist dann auf jeden Fall richtig am Arsch. Genauso gut kann natürlich hier auch mein schönes Periskop abgesiegelt werden, aber irgendwie reagiert gerade mein Höhenmesser nicht mehr hier. Ja, das habe ich manchmal. Das ist seltsam. Ich glaube, das liegt noch an der B-Seite. Muss man immer hin und herstellen. So, jetzt funktioniert erst. Alles klar, wir tauchen anscheinend wieder. Ich schaue nochmal aus dem Periskop, wie es aussieht, ob wir noch einen letzten Torpedo bei unserem Tauchmanöver abfeuern können. Das hier wäre direkt vor uns. Und, naja, da habe ich nicht viel gesehen, was irgendwie in Reichweite sein könnte. Oh, ihr seht vielleicht, unter Wasser wären wir auch gerade fast wieder mal gerammt. Und ich glaube, die packen jetzt schon ihre Wasserbomben aus. Das Interessante bei dem Spiel ist ja, dass man teils auch echt ruhig sein muss, wenn man unter Wasser ist, um zu hören, was ist da jetzt? Fährt er über mich rüber? Setzt da Wasserbomben ein? Ist da tatsächlich hinter mir? So, ich glaube, das wäre vielleicht doch gar nicht so ein blöder Zeitpunkt, jetzt mal kurz auf Pause zu stellen. Ich werde euch gleich was anderes zeigen, wo wir vielleicht in einen fremden japanischen Hafen vordringen werden. Das Ganze natürlich versteckt und eine Yamato-Klasse ausnehmen. Ja, das war eines der größten Schiffe damals. Aber, bevor wir das zeigen, nochmal ein bisschen Zeit verbringen beim großartigen Kollegen Tim im Max-Bereich. Der befindet sich dort weiter nördlich. Meine Informationen habe ich hier bei Samen. Deswegen, auf geht's! Wuhu! Schnell bei dir. Keine Zeit verschwenden. Du hast weitere interessante Sachen für uns. Absolut, absolut. Du hast ja vielleicht mitbekommen, seit einiger Zeit gibt es das Tool of the Day. Nein! Doch, das ist wahr. Und ihr könnt entscheiden. Ja, das ist mein Lieblingstool. Gleich nach Schrauben ziehen. Heute. Tool of the Day, ja. Heute das Tool of the Day. Ja, kann ich verstehen. Heute was Großartiges. Klickt euch einfach mal rein, giga.de. Dann in den Max-Bereich. Und dann findet ihr hier den Artikel Tool of the Day Februar. Und es geht natürlich um die Karriere. Und da erzähle ich euch gleich mal was zu, während ich lade. Ihr seht, hier habe ich noch die Submarine School, War Patrol, Quick Mission und natürlich viele andere Sachen wie Multiplayer, Load Game, Museum, Options Credits. Das ist nicht wichtig. Das erste ist wichtig. Und natürlich die Quick Mission, die ich euch zeigen will. Was ich sagen möchte zur Karriere, das ist euch so interessant, denn, Sekunde, lasst mich was auswählen. Welche Mission wollte ich denn unbedingt zeigen? Ah, ich bin mir gar nicht so sicher. Man kann unter anderem jetzt auch so eine Fotomission mal anwählen, dass ich nur ein Foto machen muss. Das finde ich aber doof. Mist, ich finde jetzt nicht unbedingt die wieder, die ich haben wollte. Aber nehmen wir doch einfach mal einen Borneo-Konvoi. Hier ist der Realismus. Den wollte ich euch zum einen zeigen. Den könnt ihr hier Stück für Stück einstellen. Limitierte Batterienenergie oder nur begrenzt Luft. Treibstoff. No Event Camera. Das kann man alles abstellen. Denn normalerweise ist ja klar, wenn es eine richtige Simulation ist, könnt ihr euch nicht aus eurem U-Boot herausversetzen und irgendwo langfliegen. Dann seid ihr nur auf euer U-Boot gebunden und habt dementsprechend natürlich noch weniger Blick, was um euch herum passiert. Das kann verdammt schwer, aber auch sehr, sehr, sehr atmosphärisch sein. Ich habe hier ziemlich viel ausgestellt von den realistischen Sachen, weil das dann doch wirklich zu schwer wird. Und ich möchte euch ein paar von den Features hier zeigen. Ihr habt hoffentlich genug davon gesehen. Ich übernehme mal die Änderungen, auch wenn ich keine genommen habe. Und drücke auf Start. Jetzt komme ich endlich zur Kampagne. Die ist nämlich nicht nur dadurch interessant, dass es verschiedene hintereinander abfolgende Missionen gibt, so wie wir es erwartet hätten. Nein. Zum einen ist es äußerst wichtig, dass ihr zu jedem Zeitpunkt natürlich überall hinfahren könnt, wo ihr wollt. Ihr habt den kompletten Pazifik quasi für euch und sollt eventuell jetzt an der Schlacht und Midway teilnehmen. Dann könnt ihr da natürlich gerne hinfahren. Aber wenn ihr vielleicht unter Umständen irgendwie ein Jahr vorher irgendwie in Pearl Harbor wart und einfach nur dort aus Versehen vorbeifahrt im richtigen Moment, dann ist dort tatsächlich gerade die Schlacht um Pearl Harbor. Das ist äußerst interessant. Und man kann auch, wenn man sich zum Beispiel jetzt auf die Lauer legt, vor irgendeinem verdammten Hafen als U-Boot, dann kann man auch beobachten, wie zum Beispiel einfach irgendein etwas ausgepowertes Schiff aus dem Krieg wieder einläuft. Und die kann man dann überraschen. Ständig irgendwelche Zufallsevents werden damit eingeplant, die aber relativ logisch sind. Und wir müssen hier aber schnell mal rausgucken, ob wir überhaupt über Wasser sind. Das wäre nämlich nicht so klug. So, da hakt es kurz. Oh ja. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wir scheinen unter. Was ist das? Ich tauche mal kurz runter. Luft anhalten. Halten wir zu Hause die Luft an? Gut. Jo, alles klar. Wenn wir so gucken. Oh, krass. Wie auf dem Präsentierteller. Da müssen wir jetzt aber schnell mal was unter die Oberfläche schicken. Okay. Schauen wir mal ins Teleskop. So. Hier sehen wir... Oh, das ist wie auf dem Präsentierteller. Sehr schön. Ein paar Geräte mit einschalten. Torpedosteuerung. Flüssslage. So. Wir sehen oben immer ein paar Meldungen eingehen. Da am Horizont ist auch was. Ah, jetzt hat er ihn. Wir sehen es links. Zweieinhalb Kilometer entfernt. Und wenn Sie uns noch nicht merken, wäre jetzt natürlich die perfekte Zeit, ein paar Torpedos abzufeuern. Denn wenn Sie uns bemerken, werden Sie Ausweichmanöver einleiten. Ein Schiff, das zum Beispiel in Schlangenlinien sich bewegt, ist für ein U-Boot, beziehungsweise für die Torpedos äußerst schwer zu treffen. Zweieinhalb Kilometer. Das ist perfekte Schussentfernung. Ein bisschen dichter würde noch gehen, aber ich feuere einfach mal ab. Torpedo 1. Torpedo 2. Ihr seht links, kann ich auf die Eventkamera, der Torpedo ist los. Man kann ihn natürlich bis zum Ziel verfolgen. Den Torpedo selber kann ich natürlich auch noch durch diverse, zack, das Fenster mal weg, Einstellung hier verändern. Die Geschwindigkeit kann ich zum Beispiel mal auf hoch stellen, das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Und in der Zwischenzeit feuere ich auf das nächste Schiff. Das ist 3,8 Kilometer entfernt, aber das hier. Was ist das denn? Das ist kein Flugzeugdreher, das ist ein Riesending. Das würde ich gerne mal. Da hinten 4 Kilometer. Ah, das wurde auch erkannt, denn ich habe momentan diese aktu-automatische Schiffserkennung eingeschaltet, dass ich nicht selber in irgendwelchen Beschreibungen nachschauen muss, welches Schiff das ist, um vielleicht auch den Winkel und die Geschwindigkeit des Torpedos zu berechnen. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit und wahrscheinlich auch nicht das Know-how. Ich kenne das noch aus dem dritten Teil, das war verdammt schwierig. Ich habe das hier alles auf automatisch. Das macht natürlich mehr Spaß, wenn man das richtig macht. So! Boah, das fette Ding hole ich jetzt. So. Torpedo 1. Torpedo 2. Geht auch raus. Ist draußen. Sieht's links im kleinen Bild. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Noch einen. Okay, der ist auch raus. Wir schauen mal nach links. Ich schätze mal, die sind noch auf dem Weg. Die müssen noch auf dem Weg sein. Langsam erwarte ich da dann aber mal eine Explosion, sofern ich getroffen habe. Ich schicke noch Eiche los. Was ist mit dir da hinten? Ich überstürze es jetzt halt auch ein bisschen, um euch möglichst viel zu zeigen. Natürlich würde es alles viel, viel langsamer dauern und ich würde nicht verpassen, wenn ein Torpedo tatsächlich das Schiff treffen würde. Das wäre ein No-Go. Und ähm... Warten wir mal ab. Kann das sein, dass der den kurz wechselt? Man kann teilweise... Das habe ich in einigen Filmen natürlich auch schon gesehen. Torpedos unter der Wasseroberfläche kommen, sehen. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. So, was los? Triffst du mal oder triffst du nicht? Was ist denn das für ein Schiff? Seltsam. Kann ich die mal durchschalten? Ich komme jetzt aber nicht zu dem Schiff, zu dem ich eigentlich möchte. Deswegen schaue ich mal wieder an meinen Pyroskop. Seltsam. Irgendwie schlagen die Torpedos nicht... Ach, da ist ja auch das Schiff. Hier ist vor mir, wenn ich jetzt hier weiter nach links auf das wieder ziele, müssen die Torpedos eine ganz schöne Kurve nehmen. So, jetzt aber 2,7 Kilometer. Ich fahre jetzt nochmal alles ab, was ich hier habe. Zack, das ist direkt vor mir. Da darf eigentlich nicht viel passieren. Ja. Ich werde angehalten, doch langsam den Bereich zu wechseln, denn wir kriegen ja nasse Füße irgendwie... Scheint er... Hört ihr das? Komm, der muss doch noch treffen jetzt. Das kann nicht sein, weil die Explosion gefallen mir sehr, sehr gut. Die will ich euch zeigen. Oh, ich sehe auch hier nicht am Wasserhorizont irgendwo mal ein Schiff, was da sein könnte. Ich glaube, ich muss rübergehen. 2,7 Kilometer. Wie lange brauchst du ein Torpedo? Ich weiß es doch nicht. Okay, ich drücke auf Escape, auf Pause. Wir werden dort gleich wieder einsteigen, denn ich will es auf keinen Fall verpassen, einen Torpedo-Einschlag für euch nicht nur zu simulieren, sondern tatsächlich auch zu setzen. Und in der Zwischenzeit, während dieser Torpedo sich 2,7 Kilometer auf irgendein fremdes Schiff befindet, hat Tim schon mal fleißig geübt, und zwar mit Excite Truck. Yeah! Yeah! Genau. Wir haben eingangs schon gesagt, das Ganze kommt, wie könnte es anders sein, von Nintendo und ist grafisch, wenn man die Wima so betrachtet, eigentlich eins der Ansprüche... Da hinten! Da hat was gesessen! So, jetzt dürften sie spätestens aufgescheucht sein. Ah, schade, das hat aber... Oh, da trifft noch was! Jawohl! Mist, wieso kann ich nicht zu der Dingsbumskamera gehen? Immer zu denen, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Da möchte ich auch nicht rein. Gehen wir mal hier. So, und fliegen da mal hin. Da seht ihr es. Oh, da ist auch... Krass! Wir haben irgendwie einen sehr verwundbaren Teil des Schiffs anscheinend getroffen. Ich würde mal sagen, das Munitionslager. Ja, dementsprechend dürfte dieser kleine japanische Kutter... Ich glaube, es ist gar kein Kriegsschiff. Ups! Jetzt sinken. Äh, tut mir leid. Äh, ja. Das war jetzt so nicht gewollt. Schauen wir mal, wie das unter Wasser aussieht. Sind da Löchers? Oh, ja. Hier, ganz dick. Und, oh, ja. Und da geht es runter! Ah! So viele kleine japanische Kinder, die mir mein Spielzeug jetzt nicht mehr hellstehen können, gehen da down. Ja, schade. Aber der Krieg ist grausam. Ich habe noch andere Schiffe getroffen, die hoffentlich tatsächlich aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen werden. Nicht wie dieses sinkende Schiff, was eigentlich schon weg ist. Als wäre es nie da gewesen. Da. Ihr seht übrigens, dort treiben noch Trümmerteile. Jetzt finde ich natürlich hier in dem ganzen Gewuse mein U-Boot nicht mehr wieder. Aber mir wäre so, als habe ich den nicht getroffen. War das der? Das ist auch wieder so eine Art Kutter. Habe ich da auch drauf geschossen? Gucken wir mal einen Rumpf. Ne, der ist noch ganz. Wen habe ich denn noch getroffen? Irgend so ein dicker Knaller war das. Ich zoome mal zurück zu meinem Schiffchen. Zack, raus. Das müsste dann immer direkt unter mir sein. Ja, da ist es. Sehr schwer unter Wasser sich zu orientieren. Schauen wir. In der Richtung haben wir geschossen. Das war auf das Schiff. Oder? Zack. Ne, das ist auch noch ganz. Ich glaube, wir haben es versenkt, oder? Leute, seid ihr auch der Meinung da draußen? Wir haben es versenkt, weil die Rümpfe hier sind doch relativ noch in Ordnung. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Treffer irgendwo hin. Das ist direkt vor uns. Oh, super. Das Ticken zeigt aber eigentlich an, dass noch irgendwo ein Torpedo unterwegs ist. Aber jetzt der nächste. Diesen Tanker, wenn ich ihn mal so nennen darf. So, zwei. Fahren los. Auf die entfernen. Das sind 1,6 Kilometer. Müsste auf jeden Fall ein Treffer drin sein. Das wäre natürlich sehr schön. Zur Sicherheit schicke ich noch einen dritten hinterher. Und weg. So. Drei Torpedos für diesen Tanker. Das muss reichen. Und ich glaube, ich habe schon mindestens ein, zwei Mal getroffen. Ich kann natürlich in der Zwischenzeit mal schauen, was meine Torpedos denn so machen. Hier seht ihr euren aktuellen Stand der Dinge in Sachen Bewaffnung. So ein zwei Tonnen schweres, fettes Torpedo-Ding. Davon hast du insgesamt zehn, sagen wir mal zwei Dutzend. Und dementsprechend musst du noch viele andere Sachen managen. Könnt ihr euch vorstellen, verschiedene Räume mit verschiedenen Besetzungen, verschiedenen wichtigen Systemen, die Schaden nehmen können. Und natürlich haufenweise Crewmember, die alle verschieden erschöpft sind, je nach dem Einsatz und nach ihrer Schicht aufgeteilt auf verschiedene Bereiche. Und jetzt folgen wir doch mal. Schauen wir wieder mal, was. Komm, das muss doch treffen. Das ist es, oder? Das ist es. Oh, da habt ihr den Torpedo gesehen? Da ist er. Oh, da sieht man ihn. Aber der geht vorbei, oder was? Nee, der geht nicht vorbei. Bitte triff. Oh, der trifft. Seht ihr das? Oh, das wird gut. Komm, bitte. Da funktioniert jetzt auch links dieser Event-Monitor. Natürlich kurz vorm Einschlag wird nochmal drauf aufmerksam gemacht. Und jetzt... Der sitzt, oder? Ich habe aber drei abgefeuert. Ja, dem einen oder anderen wird jetzt auffallen. Volumetrischer Rauch. Eine der neuen Errungenschaften des Jahres 2006, 2007. Wird dann doch mittlerweile letztendlich immer häufiger eingesetzt. Bam! Ja, da sitzt der Nächste. Oh, da bricht es in zwei. Ja, 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 ja. Das finde ich auch schön. Es gibt ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, für so ein Schiff zu sinken. Alle auch sehr realistisch. Immer nach dem Einschlag zu urteilen. Dort, wo es am logischsten wäre. Und ja, das fährt jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter. Da würde ich mindestens vier Mark drauf wenden. Okay, zack. Schade. Jetzt müssen die drumherum es aber langsam auch gemerkt haben. Ich wundere mich, warum die noch nicht irgendwie... ...Lunte gerochen haben und irgendwelche Zerstörer auf mich geschickt haben. Kann sein, dass in diesem Konvoi einfach keine dabei sind. Das sieht echt alles nach seltsamen Schiffskuttern aus. Was haben wir hier? Oh, was denn? Nee, Return to Game. Falscher Knopf, sorry. Ähm, was haben wir hier? Ach, das gerade sinkende Schiff. Das hier sieht auch nicht gerade nach einem Kriegsschiff aus. Aber das hier, oder? Vielleicht liegt es einfach da dran. Normalerweise bin ich immer viel früher beschossen worden. Gehen wir aufs U-Boot. Schauen, ob wir noch eins versenken können. Oder ich zeige euch mal, was man hier alles durchschalten kann. Natürlich. Habt ihr verschiedene Möglichkeiten hier mit dem Sonar? Könnt man direkt mal hingehen. Normalerweise natürlich auch dementsprechend auf dem Bereich im Schiff. Was ist denn mit dir los? Okay, wir schauen gerade von oben runter auf Sonar. Das haben wir aber ausgeschaltet, damit die uns nicht hören. Ihr wisst ja, Sonar im Kampf nicht ganz so klug. Das kann man hier alles aus- und einstellen. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Range to Target auszurechnen. Oder, was natürlich sehr wichtig ist, auch hier Tiefe unter Kiel. Einmal kurz pingen. Und er sagt mir, ah, noch 196 Meter sind frei zwischen mir und dem Grund des Bodens. Hier sind schnelle Buttons unten am Bildschirmrand für ein Standard-Steuerbord-Ausweichmanöver. Oder für den Wiederauflademodus der Batterie. Wir können irgendwie ein, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, dieses Schleichfahrt. Genau, Schleichfahrt. Können wir einstellen, damit man uns nicht hört, wenn wir schon mittendrin im Konvoi sind und versuchen unentdeckt zuzuschlagen. Da gibt es eine ganze Menge von. Hier, Short-Range, Medium-Range, auf meine Flugabwehrkanone, die können wir dort einteilen. Ganz wichtig sind aber diese Einteilungen für die verschiedenen Crewmember. Dort können wir unter anderem sagen, wer zu welcher Schicht gehören soll. Und er schaltet automatisch durch. Was heißt er, das Spiel schaltet automatisch durch. Das war beim dritten Teil noch nicht der Fall. Sehr erfreuliche Änderung. Das sind viele schöne Buttons, die teilweise noch nicht alle so richtig funktionieren. Aber jetzt zum krönenden Abschluss. Feuern wir hier auf den, der ist so gerade vor uns. So. Kriegen wir auch noch. Aber der dreht gerade bei, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich dann sehr blöd für einen Torpedo. Da ist noch eins. Das scheint mir sogar noch dichter. Das ist 2,8 Kilometer. Hier haben wir 1,9. Du kriegst auch noch mal was. Wie ihr seht, hier rechts haben wir auch noch Torpedos für hinten. Und es ist gar nicht so einfach, das Leben eines Torpedos. Beziehungsweise eines U-Boot-Kapitäns, meine ich natürlich. Denn, ähm, man kann einfach nicht zu den Seiten feuern. Man muss versuchen immer, sich von der Seite anzunähern, um dann eine 90-Grad-Wendung zu machen, um frontal auf die Seite des gegnerischen Schiffes zu zeigen. Das ist gar nicht so einfach, weil U-Boote ja bekanntermaßen sehr langsam sind. Beziehungsweise vielleicht ist nicht einfach das falsche Wort, sondern es dauert einfach verdammt lange Teils. Erstmal einen kompletten Konvoi zu überholen. So. Alles klar. Jetzt haben wir fast alle unsere Torpedos abgefeuert. Hier abwechselnd schicken wir nochmal einen nach links und rechts. Das ist jetzt gerade nicht realistisch, aber ich habe euch gesagt, ich habe es auch ausgestellt. So. Mir gefällt das Spiel eigentlich relativ gut. Ich habe ja den dritten Teil schon mal eingespielt gehabt, weil diese Atmosphäre einfach verdammt gut rüberkommt. Und wenn man in einem U-Boot sitzt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie beklemmend das Ganze ist. Und das kommt super realistisch rüber. Mit den Sounds und mit der ganze Zeit auf dem Wasser zu hocken. Manchmal steigt ihr raus aus eurer Brücke, stellt euch oben auf den Turm und macht einen kleinen Rundumblick mit dem Fernblas über die Wellen. Und es gibt natürlich verschiedene Wetterarten. Die sind verdammt dynamisch und da gibt es auch richtig meterhohe große Sturmflutwellen. Und wenn das kommt, das ist richtig abgefahren. Leider kann ich hier nicht speichern und nicht laden in dieser Preview, sonst hätte ich euch das nicht vorenthalten. Ansonsten freut euch aber erstmal. Einen Monat müsst ihr euch aber noch gedulden. Dann kommt nämlich das Ganze raus in die Läden. In der Zwischenzeit haben wir aber noch viele andere schöne Sachen, die zeigen wir euch. Jetzt in einer neuen Form der Unterhaltung Werbung. Einst fragte Gott die Steine. Steine? Wollt ihr U-Boot-Kapitäne werden? Doch die Steine antworteten Nein, denn wir sind nicht hart genug. Ja, wer auf U-Boote steht, der wird bei Giga demnächst fündig. Fündig sowieso. Total unterschätzt. U-Boote müsste es häufiger geben in allen Bereichen. Ist einfach zu komplex. Silent Hunter ist definitiv ein gutes Spiel, aber...